Ein ganz normaler Wohnungsschlüssel kann mit einem 3D-Drucker kopiert werden. Dazu braucht es ein Foto, zum Beispiel mit dem iPhone. Von den Fotos werden die relevanten Schlüsseldaten abgelesen und in eine programmierte Datei eingegeben. Diese transferiert alles in ein CAD-Programm, wo schliesslich ein 3D-Modell des Schlüssels entsteht. Dieses Modell mit all den relevanten Schlüsseldaten erhält eine 3D-Druckerei. Diese erteilt dem 3D-Drucker den Auftrag und bereitet alles Nützige vor. Über Nacht arbeitet der 3D-Drucker und am nächsten Morgen liegen fünf Schlüsselkopien bereit. Bevor sie funktionstüchtig sind, müssen sie noch von Wachsresten gesäubert werden. Dazu kommen sie in den Ofen. Nun haben wir eine identische Kopie unseres Originalschlüssels. Die Kopie funktioniert, sowohl an der Haus- als auch an der Wohnungstür. die Kopie ist. Wir sollen sie nicht in die Mitte machen. Aber die Kopie wird angekündigt, sowohl an der Fremde, also werden sie also in die Mitte. Ihr könntest die Kopie unseres. Die Kopie ist dann in der Wingate. Das ist egal, wunderschömmel und die Kopie ist sehr schön. Die Kopie ist tatsächlich sehr schön. Die Kopie ist dann auch in der Haare.